Vielen Dank dafür, dass ihr von der Seite unseren YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Und es wird auch sehr gefallen, wenn ihr uns sehr gut werdet, in der Unternehmung den Subscriber wieder anklicken. Vielleicht schreibt ihr euch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schreibt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht werdet ihr uns auch mal in die Folie, schreibt ihr uns hier ein Zeugnis. Wir beten auch, dass alle unsere Videos möchten einen sehen für euch zusammen. Hier in Lancaster County, in Pennsylvania Taub. Jut ist von Paraguay. Er ist von meinen Kollegen, wo ich sie abgewasse. Und Jut, seine Brüder in Paraguay wie meine Jugendleiter. Dem habe ich immer sehr viel geregelt. Er hat fene Arbeit getan. Seine Brüder ist gestorben. Der ist auch im Himmel. Und jetzt sind wir hier Taub in Pennsylvania. Sie haben uns hier geschmackt. Er hat eine amerikanische Frühe Fried. Und dort ist eine Krankenschwester. Das ist meine Frühe auch. Und ich habe hier Taub und wir spazieren. So, was Jut, Jut ist ein Schaft wie eine Verbrecht. Jut ist auch wichtig für die Verbrecht hier in Pennsylvania. Aber Jut hat auch Körer, Autos vor. Und Jut hat eine sehr feine Arbeit. Das kann nicht ernst einer denen. So, wie Jut hat immer schmacken Körer wissen. Was Jut hat gefordert. Und die waren gestorben. Das ist alles gebühthaft. Willst du mir noch mal Wieser halten? Ja. Kannst du heute? Oh, ich kann Plotje sehen. Ich bin in der Ölachak. Ja. Aber du redest nicht von Mörken und Kirken? Nein. Nein. Ich sage Mörken. Ich bin Mörken und Korken. Nein. Heute ist Kreuzers 1. Heute ist Mörken und Kirken. So, jetzt haben wir dort geschaffen. Jetzt sind die Kanadier. Ja. Plotje in der Russen. Ja. Jetzt haben wir dort einen Betätigung. Ja. Jetzt haben wir hier einen Schmack Körer wissen. Die haben wir hier in dem Garage. Die haben die Farben, nicht wahr? Oh ja. Beide Farben, ja. Ja. 66 Impala. Ok. Concordable. Und ich werde die Tür hier öffnen. Ja. Jetzt haben wir hier. Aber das ist vielleicht hier. Und das ist ein Haus. Jetzt kommt hier. Hier plötzlich wird die Wiese, wo sie hier wohnen. Da hat sie die Rasse, die so aufhine steht. Und wir checken die mal das an. Jugendliche, wenn die mal wirklich einen Schmack gekocht sein. Ja. Und hier hängen ich erst mal. Das sage ich doch. Pennsylvania. Ja. Und das ist ein Chevy. Antique. Antique. Ja, das ist ein Antigo. Das ist ein Older. Die haben die Fähne gefarben. Dem sieht das ganz grünlich. Der Schmack. Check die doch mal diese Maschine an. Da geht mal ein Haß an diesem Jahr weg. Ja. Ein Jahr. Ganz vom Främer aufgenommen. Und zwei Mal. Wenn ihr das Kreuzschmack aus Buh. Das hast alle aufgeschiert. Ja. Das ist ein kleiner Rassbanner. Alles rüttet. Rüttet Schnee. Dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Dann nicht mehr. So für wen das ist das? Das ist das für andere Menschen? Ja? Das ist meine. Das ist meine. Ich mache meistens. Olle Antique Jaguars. Ja. Ja. In der 50s. Das ist eine neue Jaguars. Und das ist ein Schmack. Ja. Das ist ein bisschen dieser hier. Aber da war ich die Trotz. Das ist ein Miesig. Ich mache mir die Fähne rein. Das ist ein 2.5. Ja. Das ist ein 3.27. Ja. Und 3.27. Und das ist das ist das. Das ist das. Das ist ein sehr schmack. Okay. Du hast den meinst. Du hast ihn rein. Oder was? Nein. Ich wollte das dann nachwiesen. Was sagt es. Das ist ein 71. Schabbe pickup truck. Das ist in Breva. Ich habe die Öffens. Das ist klar. Ich weiß nicht, was. Ich habe die Maschine. Das ist meine Sache. Das ist eine sehr gute Kanyechrähe. Das ist in Paraguay. Wir wurden abgewassen. Dann kommt es das vor. Menschen von der ganzen Städte kommen hierher und deine Armfrau aufhören, weil die Vorwehr verarmen. Es gibt sogar den Bagshafen hierher. Das hat er hier in seiner Grage stehen, bloß zum Hobby. Da ist ein Chevrolet. Da würde ich immer auf dem Bildbohr haben. Wo ist das? Wer alt ist das? 71. In 71. 71 kommt der Chevrolet. Okay. Das ist ein großer Block. In dem hast du auch gefärben? Alles gefärben. Ganz. Wird eine ganze Euler Kaste aus dem Kopf? Ja. Verrastet? Nicht so ja. Nicht so ja. Ja. Das wird sehr bloßgeräusch sein Schmuck. So auf der Muldeinschaft habe ich mir das gewiesen. Ich habe noch mal das hier und das hier gewohnt. Ich habe nicht viel von Koren. Aber das ist ein Antiguo. Das ist ein Korn, der für ganz jämmerlich ist einfach hier auf der Küche. Und das habe ich auch gesagt. Wir haben alle verschiedene Gruppen. Das ist ein 59 El Camino. Das ist die Jahre der Al Camino. Das ist die Jahre der Al Camino. Das ist eine große Block. Das ist eine 348. Das ist die Jahre der Al Camino. 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 Die Ferne ist ihre Al Camino. Das ist die Jahre der Al Camino. Der WSU. was diese sind, oder was ist das hier? Oh, was ist das hier? Das ist eine Feinheit, nicht? Das ist ein Olafreier. Hier, hier. So, was hast du alles gemacht? Hier, wo du siehst, all die Gons. Du hast all die Gons gemacht? Oh mein Gott, das ist ein Vorbe. Ich zeige dir, das ist ein Spezialist, das ist alles Vorbe, verschiedene Vorbe. Und da musst du wissen, wie du es angehört. Die Gons, ja. Und wenn du es nicht richtig angehört, dann lässt du die Brenner eins, nicht? Dann, dann lässt du nicht so. Dann lässt du nicht, dann... Dann lässt du nicht mehr... Ja. Und wenn du die Gons, die Stoff, dann... Nein, das ist ein Klingel. Ein Klingel, ja. Ja. Und wenn du das, dann, 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 dann? Ja. Ja. Und das ist ein O-Ber, das ist ein O-Ber, Ja. Das ist ein O-Ber. Ja, das ist ein O-Ber. Okay. Ich werde mich da, was ich. Ich werde mich hierher am. Ich werde dich mal šiek, damit wir da. Oh, mein Gott. Das ist, das ist, was wir... Das ist, was wir meistens ständig sind, das ist der местige Korin. Sie kommen hierher? Ja, sie kommen hierher. Und dann, wenn du komm her. Ich ler mir das, du nehm. Sie, wir kommen hierher. Sie kommen hierher, wie wir da noch... All, das, all das Niemelke. Was ist das? Alle aufschieren oder was ist das? Alles aufschieren, ja. Mit Schiepapier? Ja. Mit der Maschine? Mit der Maschine und dann fresh. So, wie lange hast du das Ohrwärter, weil du das abgefixed hast? Me und der andere, der halb hat zwei Monate. Ja, aber du hast das nur für Haube, nicht? Bloß so oben und so. Du hast das andere Ohrwärter und du hast das nur selber bezieht. Ja. So, hast du Menschen von der ganzen Schweiz kommen? Oh, ich komme von Tennessee, from New Jersey, New York. Ich habe all kinds, from everywhere I get cars. Kommen manchmal hier an die Führer, die das vorgibt. Man, das ist fern. Der Welt ist der sofort. Der ist in der 60s. 65. Das ist ein Saaschen. Ich ziehe an der Saaschen hier, du sagst. Der ist 82 und Öl. Ja. Oh, man. Das ist eine Ölmaschine. Da muss man sagen, der hier fährt dann nach all das Haft. Der ist kein Motorrad. Oh, der Motor ist noch nicht fern, im Hassel. Du hast die Nummer da, Dein Dernadog. Dein Dernadog. Ja. Dein Dernadog. Dein Dernadog. Dein Dernadog. Dein Derror mostrar. Das ist für mein Haus, die fangen wir an zu rasten. Und das ist für dein Haus. Die Sonnenküste und das Paint-Offschirm. Okay. Aber hier sind wir auf der Karte? Ja, hier sind wir auf der Karte. Hier ist der Karte Handstahl. Dann suchen wir alle Rüte. Hier sind alle Schwung. Und Intake Filters. Hier sind die Rüte. Hier sind die Stipe, wenn die Karte hingehen. Hier sind die Rüte. Hier sind die Rüte. Hier sind die Rüte. Das sind die Rüte. Das sind die Rüte. Ja, das muss die Rüte. Die Rüte muss die Rüte collecten. Das ist die Rüte. Das muss die Rüte. Und dann haben Sie bestimmt noch eine Eberneze. Ja, das ist eine Rüte. Das ist eine Rüte. Die hat alle verschiedene Wogen. Die Brüder. Die haben wir sicher gemacht. Die Brüder. Die Brüder. Die Brüder. Die haben alle verschiedene Wogen. Die haben seine Wogen. Die andere haben andere. Ja, das war ein guter Mann. Die Brüder. Die haben seine Wogen. Die haben seine Wogen. Die haben eine spezielle Autos vorgebracht. Für die Amerikaner. Die ist das Knie. Die haben sie in der Lankedorf. Wie ich sie hier begleiten habe. Ich möchte sagen, was du alles da bist. Weil du hast diese Arbeit getan. Ja. Das ist bei Skrulliserschmack. Hier wohnst du in Lancaster County, Pennsylvania. Wie viele Jahre wohnst du hier? Oh, seit.. So, seit 19 Tagen. 19 Tagen, ja. Mensch, du willst uns hier an den Nachschluss. Nein, nein, nein. Das ist bloß hier richtig, Fan. Du bist hier ganz gut, nicht? Ja, und je Familie ist hier. Ja. Ja, das ist hier ganz gut. Aber Mama muss sich auch abhören. Ja, sehr vielen Dank. Auch Jund, wir möchten uns sehr bedanken dafür, dass Jund ein Ticket genommen hat, hier das Video ein bisschen zu checken, weil wir hier gearbeitet haben, weil uns Brüder Hahn hier mit seiner Familie wohnen dort in der Städte. So, von dir möchten wir euch auch wünschen, dass Gott euch noch zähne, dass Gott euch eine Schmuckertie geben möchte. So, wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.